Willkommen zurück zu LEGO Star Wars, die komplette Saga, wir haben hier einiges zu tun, den Fluch von der Echo Basis, das ist Dotzegut. Wir haben ja schon alle Charaktere, was ich super finde. Wir haben aber noch nicht alle Flugzeuge, das letzte Flugzeug, das letzte Flugzeug kriegen wir, wenn wir, ja, wie soll ich sagen, Aluminikids haben. Da haben wir gleich mal was. Okay, der Raum ist für Geld. Ja, so sieht's aus. Dann, ich bau mal zusammen. Da wäre jetzt etwas gut, und zwar explodierende Blasterstrahlen. Und rein da. Und gleich weiter. Hat mir schon das Rätseln hier gelöst. Das, was gleich kommt. Ah ja, das müssen wir erst mal auf die andere Seite. Das stellen wir um. Ne, das dauert schon etwas länger hier. Gut, haben wir das nun gelöst gehabt oder nicht? Was? Ja. Und dann geht's. Und dann geht's mit der Liga. Und dann geht's mit dem Liga. Und dann geht's mit der Liga. Das ist aber auch immer überraschend. Und dann geht's mit dem Liga. Der Liga. Der Liga. Okay, hat mir schon gelöst. Was sieht es kritisch aus mit dem? Ja, aber bestimmt was. Okay. Alles klar. Ja, gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja und, wo war das jetzt? Oh man, es ist schon wieder hängen hier. Oh man, es ist schon wieder hängen hier. Oh man, es ist schon wieder hängen hier. Ja was? Es ist schon wieder hängen hier. Oh man, es ist schon wieder hängen. Oh man, es ist schon wieder hängen hier. 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 Danke sehr. Oh man, es ist schon wieder hängen hier. 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 mir fällt da schon noch was ein und zwar gibt es hier noch sachen zu erledigen habe ich recht oder habe ich recht denn auf der anderen seite ist nicht gewesen so dann ist noch an der zeit hier lang zu gehen denn jetzt müssen wir beide trocken natürlich noch auf lang kein glück kein glück dann können wir uns jetzt die letzten sachen holen 14 minuten sind wir jetzt schon an dem einmal das und einmal das ok normales und wir sehen uns das nächste mal wieder bis denn schau Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020